Achtung Weltraumreisende, hier in der Dunkelheit des Olls trefft ihr die Schrecken eurer schlimmsten Träume. Tja, Sportfans, willkommen im Astro-Land, wo die Zukunftsträume von gestern die Albträume von heute sind. Moment mal, steht das so im Script? Da stimmt doch was nicht. Wählt unter vielen futuristischen Abenteuern und stürzt euch tief in die Uranus-Mine oder jagt durch die himmlischen Krater des Uranus. Und Vorsicht, vor den tödlichen und gefährlichen Ringen des Uranus. Das ist eine Menge Uranus. Ja, willkommen in Astro-Land und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Tag Team Racing. Okay, wir werden jetzt Williwumpa aufhalten, denn er hat den schwarzen Energie-Edelstein gestohlen. Und natürlich war er derjenige, der die Rennen vollkommen beschädigt macht wollte. Aber, naja, okay, wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. Und was willst du, du scheiß Pinguin? Okay, die fünfte und letzte Welt Astro-Land. Wir werden alles schaffen, um ihn danach aufzuhalten. Oh, hier ist eine Todeszene. Oh. Autsch. Echt schockierend. Okay. Komm, hau ab. Warte, ich mach's ganz einfach. Hallo? Dankeschön. Sag mal, ich könnte mal aufhören, euch mal selber zu hauen. Oh, hier steckt ein Elefant fest. Okay. Ey, du willst ein Kristall haben? Hallo auch. Komm näher und kauf einen Original-Energie-Kristall. Hergestellt aus Energie und Kristall vom Feinsten kann dieses wunderschöne Exemplar für einen kleinen Obolus schon bald dir gehören. Okay, 1.000 haben wir ja immerhin. Bitte sehr, mein Guter. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit dem Energie-Kristall wie ich. Ja. Obwohl, obwohl du ein Handlanger von, äh, dem Willy Wumpa bist. Aber egal. Ey, du willst Ärger? Kannst du haben. Du Mieser. Okay, hier oben ist ein Kleidung, aber da kommen wir, müssen wir halt da oben hingehen. Hallo, du Pinguin. So, was haben wir denn hier Schönes? Huch. Okay, hallo. Geh mal weg. Jetzt werden wir auf jeden Fall, äh, Rennen machen. Natürlich auch noch, ähm, ich muss gleich mal gucken. Wir gehen gleich mal da hin und mal gucken, wie viel wir davon brauchen, um dort Willy Wumpa aufzuhalten. Okay, was ist da, wenn denn hier schön ist? Ah! Engine, natürlich. Oha, okay. Ah, hier haben wir auch schon das erste Rennen. Das können wir auf jeden Fall mal machen, was da, wenn denn hier schön ist. Weich Todesdrehen. Huch! Oh. Laser Operation. Und was ist das? Ah! Oh. Ein Held für alle Fälle. Nee, ein toter Held für alle Fälle. Wollte ich mal sagen. Okay. Ring des Uranus. Sehr gut. Das, was die ja schon erzählt haben. Okay. Für mich sehen die Strecken voll geil. Okay. Auf geht's, Cortex. Oh. Aber auf jeden Fall, ich, waren das 20 oder waren es 25? Oder, ich muss mal gucken, wie viel wir davon brauchen. Auf jeden Fall müssen wir ihn aufhalten. Das ist die einzige Chance, was wir machen müssen. Neun Runden haben wir das Ring des Uranus. Und los geht's. Das nenne ich ein sportliches Allzweck, Vater. Ja. Nur eine winzige Unannehmigkeit. Tissi Kowski. Ja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja. Hat schon wieder einer in einem Rennrum gefummelt. Der sagt... Ah, ich, 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 äh, höre mir gerade die Musik, die wir immer, im Intro immer hören. Keine Sorgen. Das war ein Gnadenschuss. Ja, äh, aber immer werden mir meine Waffen geklaut. Hallo. Ja, komm. Hoffentlich. Uh, das tut mir jetzt aber echt leid. Mir aber nicht. Haha. Jetzt ist der Schmerzkreis perfekt. Warte. Und schafft es. Ja. Nee, du musst gar nicht weiter. Warte. Jetzt. Ja. Ich sollte das nicht so genießen. Ja. Okay. So, die müssen aufgehalten werden. Ja. Und, 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 und. Ja. Ja. Ey, komme nicht so nah. So, hier, bitteschön. Ja, Edelsteine, Meer, Edelsteine. Äh, Nina, wo holst du denn hin? Ja, hast du. Zack. Ja. So, werden wir mal das Klavier, aber es werden ja nicht alle getroffen. Ja. Ach doch, es werden alle getroffen. Okay. Ja. Ja, irgendwie kam man da gar nicht ran, aber, aber jetzt kam ich ran. Okay, ich kann überhaupt nichts machen, weil die ja ein bisschen weiter, äh, hinten sind. So, hier habt ihr. Sag tschüss. Äh, wenn du lieber aussteigen würdest. Oh, tut mir leid. Machen wir ein Team? Ja. Ah! Oh, Cortex. Ob die es jemals lernen? Was war das denn? Ich bin vor dem Ziel kaputt gegangen. Ja, geil. Boah, 1500. Gau. Ich bin direkt vor dem Ziel kaputt gegangen. Das ist echt der Sportsgeist. Also, das war bei mir zum ersten Mal passiert, als ich da vor dem Ziel kaputt gegangen bin. Wie ich das mal, bei Mario Kart mache, wenn ich immer mich abtreffen will, ich mache ich immer eine Kiste hin, dann treffe ich mich einfach, wenn ich vorm Ziel bin. Ist das, ist das nicht geil? Okay. Dafür machen wir jetzt erstmal hier mal weiter. Ach komm, ihr könnt mich mal. Komm, hau ab. Ah, da ist die Plattform. Schnell, 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 wow. Hey. Ah, tschüss. Geh weg. Ja, selber schuld, Pinguin, wenn du darüber springst. Du bist doch echt dumm. Okay, hier ist eine Kleidung. So, vorsichtig. Wow. Äh. Warte, jetzt. Nein, 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 nein. Hallo. Guten Tag. Hör zu, Fällkugel. Wenn du dich mit Funklutsch gutstellen willst, solltest du ihm etwas schenken. Im Vertrauen. Er mag Park-Souvenirs wie dieses hier. Ah. Die Spieler haben eine hohe Gewinnspanne und das gefällt ihm. Okay. Ein Piratenkostüm. Captain Nonsense. Okay. Mit 2000. Hallo, ihr habt hier noch nicht mal alle. Oh, du bist jetzt also bereit. Okay, hier hast du dein kleines Einschmeichel geschenkt, wenn es ihm nicht gefällt und du dein Geld zurück willst. Vergiss es. Hey, lass mich in Ruhe, klar? Ja, du bist derjenige, der die ganze Zeit am Streng rumfummelt. Hä? Du Arsch. So, Arschstrafe musste runterfallen. Okay, hier können wir hinspringen. Wo komme ich denn da hin? Aha. Gehen jetzt? Nicht da hin. Okay. Okay. Ah, wir kommen also da hoch. Komm, hau ab. Na du, wo kommen wir denn da hin? Wow. Okay. Hier sehen wir auch einen Scherbometer. Fahre ich mal kurz runter. Oh. Echt ätzend. Oh, es ist echt ätzend. So, ich muss jetzt, äh, da hinspringen kann ich nicht. Okay, ich spiel's mal. Nee, kann ich nicht. Ah. Dann muss ich halt da springen. So, vorsichtig. Wir müssen auf diese grünen Dinge aufpassen, dass wir nicht elektrisiert werden. Alle, hopp. Ah. Höh. Yeah. Okay. Ich muss jetzt erstmal aufpassen. Jetzt. Höh. Wow. Ah, jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Abkürzung. Alles klar. Tatsächlich. Jawohl. Charakter des Uranus. Alles klar. Okay. In dieser Plattform kommen wir wieder zurück. Oder auch quasi da hinspringen, weil hier ist gerade wieder ein Anzug. Wie viel momentan habe ich denn noch? 5.901. Alles klar. Und insgesamt 11 Kristalle. Ja, es könnte quasi reichen. Vielleicht sieht lustig aus mit dieser wunderschönen Brille. Jetzt kann ich nochmal schon mal da hinspringen. Jetzt springen wir mal kurz hier rüber. Genau. Und dann hier rüber. Äh. Vorsicht. Oh, hier haben wir noch eine Schermersanzeige. Ah. Der Saturn ist auf ihn gefallen. Kurs vom Uranus. Das war eigentlich noch ein Saturn. Boah, hätte ich den jetzt runtergeworfen? Das wäre nicht schön. Okay. Hallo. Ahoi, Matrose. Der Käpt'n ist mit einem Tanzmädchen durchgebrannt und wir haben außer diesem Raumanzug nichts gefunden. Typisch. Tja. Der Warbkern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum und ich bin der neue Schiffskommandant. Schätze, wir brauchen das alte Ding nicht mehr. Sieht bestimmt toll an dir aus. Ich gebe es dir für ein Butterbrot. Oh, dankeschön. Weltraumcrash. Ja. Oh. Was? Das ist deine Weltraum. Sag mal. Willst du mich verarschen? Wieso? Der kostet mehr. Sag mal. Wollen die mich verarschen? Och. Mensch. Uranusmine. Wieso kostet das denn mehr? Okay. Wir können ein paar Plattformen... Oh. Okay. Vielleicht muss ich ein paar Rennen fahren, um den Spots nicht zu kaufen. Mache ich das doch gerade mal. Oh. Ah. Ja. Das ist meine Lieblingsstrecke. Die fahre ich immer gerne. Deswegen. Crunch. Ab geht's. Zeig, was du drauf hast. Du Witzbold. Du Witzbold. Wieso kostet der denn mehr? Wie viel denn? 7000? Oder 10.000? Weil wer? 10.000 dann hier. Hier. Okay, das ist meine Lieblingsstrecke vom Crash-Tech-Team-Racing. Yeah! Juhu! Ja. 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 Die letzte Strecke haben wir ja, wie gesagt, mit Crash. Komm, hau ab. Ja, weiß ich nicht. So, das ist nicht die eine Abkürzung, die wir gleichgestellt haben. Das war die andere. Ja! Das heißt Bonbons. Jawohl. Ja, du bist schuld. Du bist schuld am Allem. Warte. Und... Haia! Ha! Okay. Oh ja, man sieht das mit seinem Piraten-Tostüm. Und jawohl. Geil. Der fliegt. Jawohl. Cortex noch getroffen. Ja, komm zu Papa. Wuhu! Hey, was magst du mich einzuholen? Ich hätte die Bus-Volkarte nicht wegwerfen sollen. So, genau. Besser beide kaputt machen. Ja, tschüss. Jetzt, 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 jetzt. Nein! Hier, einen Kuh zum Mitnehmen. Aua. Na, komm! Na, so, jetzt aber. Du langsam, du Idiot! Ja, geil. Ja. So, hier. Zack, habt ihr es verdient. Geil, alle getroffen. Fast alle. Ja, da kann man auch ein bisschen die Kamera ändern. Oh, das ist toll. Ja. Okay. Oh, zack, jawohl! Die kommen wieder näher. Aber nicht mit mir. Zack, die hat auch nicht mit mir. Ich falle runter und dann los. Ah! Wo will der Fisch hin? Komm, schwindel. Ah ja, hier. Das hab ich immer gerne gemacht, wenn ich die runtergeworfen habe. Yeah! Geil, die fallen alle runter. Geil. Okay, ich muss gar nicht mal... Ich muss gar nicht wieder raus. Oh, komm. Ja, warte mal raus, schnell. Wegen deiner Bons vorhanden. Okay. Na komm, arbeite mit mir zusammen. So, erstmal wieder raus, nochmal rein. Ja! Ja! Wieder getroffen. Und... Jawohl! Oh, wieder von Clutch getroffen. Geil. Oh, die Musik fand ich auch schön. Hey! Oh, wenn ich schreien, grüß am Fummel. Das war Coco. Ah, 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 ah! Das war gar nicht Coco. Du Sack. Okay, die kommen jetzt wieder näher. Ja, hier habt ihr Klavier. Wollt ihr Klavier spielen? Yeah! Wieder fast alle getroffen. Das sieht gut aus. Oh, 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 oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Kommt der wieder hoch? Nein, kommt der nicht. Keine Chance, der Mist. Das gehört mir. Ja, jetzt hab ich den erwischt. Ja, jetzt... Ah, scheiße! Jetzt hab ich den erwischt. Ja, komm, hau ab. Ey! Schnell, 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 schnell. Okay, okay, wir haben es auch in C geschafft. Okay, das war sehr, sehr knapp. 59! Geil! Aber das, was er gesagt hat, das war Coco. Das war irgendwie ein bisschen bescheuert, was er gesagt hat. Wow! Okay, ich kam noch auf 3000. Yeah! Also, also, die Strecke, das war immerhin meine Lieblingsstrecke. Okay. Kostet der wirklich 7000, weil sonst... Wie bescheuert kann man sein? Boah, 9000 habe ich jetzt insgesamt. Ja, ich bin... Nein, ihr lasst mich in Ruhe. Komm, rüber. Jetzt hier rüber. Jawohl. Komm, lass mich in Ruhe. Aber hier hoch, da komme ich nicht hin. Muss halt ja... Soja springen. Wow! Yeah! Okay, jetzt... Genau, jetzt da rüber. Genau. War irgendwie meine Lieblingsmusik und meine Lieblingsstrecke mit dem Uranus. Fand ich geil. Okay, das letzte Rennen werden wir auf jeden Fall mit Crash fahren. Weil... Da geht er dann richtig ab hier. So. Rennspringen. Okay. Kostet der wirklich 7000 oder einem 10.000? Äh! Wieso 8000? Hallo? So ist's schon besser, Kleiner. Vielleicht hast du Glück und findest mit diesem Anzug auch ein Mädchen. Okay. Beam mich rauf, ich. Halt die Klappe! Tö! Was ist dein Problem? Tschüssi! Ja. Aber 8000! Sag mal, die sind doch echt bekloppt, ey. So, die Frage ist, wo... Warte mal. Genau, spring mal da hin. Nein. Ja! Aber... Der sieht schon mal ein bisschen gut aus hier. Das passt auch gut zu Uranus. Oder zu Astroland. Warte, ich muss da noch mal hinspringen. So. Wir haben... Wir haben zwei Spiele. Okay. Hier ist eins. Und da drüben war auch noch einer. Der da oben. Alles klar. Äh... Ich spring mal kurz da rüber. Ja! Oh, tsch... Oh, tschuldigung. Du da! Kauf meinen Energiekristall! Kauf ihn, du, Marde! Du hast keine Wahl! Gib mir das Geld, das ich will! Kauf ihn! Ja! Hier hast du! Also gut! Hier, du elender Penner! Nimm den Kristall und geh! Wie all die anderen! Lass mich allein mit meinen Erinnerungen und meinen Medaillen! Hast du gerade Penner gesagt? Ich geb dir gleich Penner! Komm her! Komm! Hier! Tschüss! Halt die Klappe, du Penner! Okay, ihr seid auch Penners, ihr Pinguine! Also, lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe, hab ich gesagt! Geh weg! So, was haben wir denn hier Schönes? Astro-Bahn-Bowling! Ja, dann auf geht's! Das Spiel kennt man auch schon, ja, bei, ähm... Ah! Bei Midway! Aber das hier ist echt viel schwerer! Und, ähm... Ja, die sieht doch richtig schwer aus! Oh ja! Tatsächlich! Okay! Das nächste Bowling muss auf 1000 kommen! Äh, ja, das war jetzt, äh... Ein bisschen doof! Er wird ja nicht so schnell! Nein, 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 nein! Ich will ihn rumschmeißen! Danke! Oh, 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 oh! Strike! Haha! Dankeschön, Dankeschön! Komm! Schnell! Ja, wow, oh, 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 oh! Okay, das war jetzt kein Strike, aber egal! Ich mach jetzt mal ein bisschen langsamer. Äh, okay. So ein bisschen langsam. Ja, wäre besser. Äh, ja. Das war jetzt nicht sehr gut, aber egal. Okay, wir haben jetzt hier noch ein Spiel. Warte, jetzt. Ja, 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 ja. Okay. Schon mal zwei getroffen. Ähm, zwei sind noch übrig geblieben. Warte. Ja, jetzt. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, aber... Nein. Äh, nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Jetzt, 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 jetzt. Hallo, hallo. Danke. Nein. Vielen Dank, du Loser. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, auf jeden Fall haben wir ja, haben wir ja schon den ersten Strike ja schon gemacht. Oh, ja, 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 ja. Ein bisschen langsam. Aber es ist ja nicht nur ein Pinguin. Komm, 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 komm ich bin bejubelt worden und nicht so schnell ja scheiße hatte jetzt genau richtig moment drücken bevor ich darunter falle ich mache vielleicht anders da geht aber nicht warte jetzt ist er da ist die tür da ist die tür wenn ihr mich ausbogen wollt da ist die tür also wenn ich noch einmal aus voyt da ist die tür freundchen ich warke dich noch einmal dass die tür ich war einfach nur die säcke okkkkkkkum´ kkkkurим ist immer nur ein pinguin da stehen bleibt Oh, da hat sich einer in die Luft geschwungen. Na, komm, 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 komm. Ja! Spare! Da war es kein Spare. Doch! Okay, zum Glück wurde ich noch bejubelt worden. Was war das? Äh, 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 äh. Oh! Er hat gerade noch ein Pinguin noch getroffen. Sehr schön. Ah, gut, er schafft es noch. Und dafür wieder ein Spare. Jawoll! Oh, ja, das ist, äh, auch schwer, aber vielleicht... Äh, nein. Schnell. Nein! Da ist die Tür! Habt ihr es verstanden? Hallo? So, jetzt aber... Nein, 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 nein! Jetzt aber! Strike! Na, endlich! Was? C? Okay, jetzt wird es noch schwerer, denn, äh, hier sind noch ein paar Pinguine. Okay, zwei habe ich getroffen. Ja, schön! Dankeschön, dass du mich einreinlässt! Okay, das war nix. Was? Was? 1,40? Na gut, äh, dann machen wir es mal noch einmal. Versuchen wir unser Glück noch mal. Und wie gesagt, wer mich ausboot, da ist die Tür. Da ist die Tür. Also, wenn ihr mich ausboot. Toll, dass immer einer da bleibt, aber egal. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nee, mach mal langsam. Alter, ich könnte kotzen, ey. Komm, 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 komm. Na, endlich. Da ist noch ein Strike. Juhu! Vielen Dank. So schnell. Oh, na toll. Da bleiben noch zwei. Da noch. Warte, warte. Oh, 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 oh. Ja! Okay, doch noch ein Spare. Warte. Jetzt. Schon wieder, da stehen schon wieder zwei. Alter, ich glaub's ja wohl nicht. Warte. Langsam. Okay. Da ist noch wieder ein Spare. Alles klar. Vielen Dank, liebe Herren. Meine Damen und Herren, wollte ich gerade sagen. Na, super. Na, komm. Okay. Okay, das sind schon mal ein paar runtergefallen. Oh, wäre besser, wenn ich das lieber nicht schnell machen würde. Wow. Oh, 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 oh. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, hallo. Nein. Okay, zum Glück wollte ich nicht, äh, oh. Du kam kein Ohr. Sonst, äh, hätte ich sie gesagt, oh, da ist die Tür. Oh, 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 oh. Oh, und, oh, 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 komm, 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 Strike. Ja. Sehr schön. Nicht so schnell. Ja, danke, dass nur einer kommt. Super. Aber dafür ein Spare. 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 Sehr gut, ich probiere es jetzt mal hier. Spare. Okay. Ne, drei getroffen. Ich dachte schon zwei, aber waren drei. Ne, fünf. Okay, da waren noch ein paar umgeworfen. Ah, aber leider blieb ein Pinguin zurück. Äh, hallo, sag mal, sind die Pinguine, geht das Ding gut? Jetzt, jetzt, jetzt. Yeah. Wieder ein Spare. Doch nicht. Okay, jetzt konzentration. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen totalen Fehler gemacht. Nein. Da ist die Tür. Da ist die Tür. Okay, jetzt aber. Yeah. Doch noch. Sehr schön. Spare. Okay. Okay, schon zwei erwischt. Aber es reicht, glaube ich, noch nicht auf 140 zu kommen. Warte. Langsam. Okay. Oi. Es sind schon mehr schon erwischt worden. Ach, Leute, komm. Das kann nicht euer Ernst sein. Nochmal. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Auch wenn der Part ein bisschen lang ist. Ist egal. Oh, oh. Yeah. Der Spare. Wuhu. Okay. Okay, ein bisschen geklatscht worden. Okay. Yeah. Aber schaffe ich es? Nein, schaffe ich es nicht. Weil er in dem Moment runterfällt. Jetzt. Yeah. Okay. Ein paar noch erwischt. Aber immerhin ja nicht viel. Okay. Nur einer. Ach, Leute, komm. Was ist denn das denn? Ja, was soll das denn? Nee, ich mach's ganz einfach. Ich mach's jetzt mal langsam. Du hättest da rüber gehen können. Och, Mann. Langsam. Und. Okay. Nein. Och, Mann. Was ist das? Ach, Leute, kommt. Wenn ihr euch nicht anstrengt, dann könnt ihr durch die Tür gehen. Ist mir scheißegal. Ich mach das jetzt auf neun damit Ende. Es ist doch kein richtiges Bowling, Alter. Es ist ein scheiß Bowl. Nein. Du gehst jetzt nicht da runter. Ja. Oh, langsam. Jetzt macht ihr wieder die Sam Scheiße. Da ist die Tür. Verstanden. Verdammt noch mal. Entschuldige, es ist ein bisschen mehr aufgeregt. Aber jetzt reg mich richtig auf. So. Befrieden. Ja, zu spät. Ja, zu spät. Okay. Ja, das hier finde ich ein bisschen doof. Aber schafft er es noch? Schafft er es noch? Ja. Ja. Also, ich muss so sagen, es ist für mich kein richtiges Bowling. Es ist einfach nur totaler Schrott. Ich fand das normale Bowling echt gut. Ja. Oh, sogar noch mit dem Hintern erwischt. Das müsste gehen. Oder auch nicht. Ja, komm. Okay, eine erwischt. Dann hätte ich mich schon wieder aufgeregt. Hahaha. So geht man um. Okay. Zum Glück war es noch nicht so richtig. Okay, jetzt wurde ich schon mal ein bisschen umgefallen. Sehr schön. Yeah. Spare. Wäre besser doch, die da zu schlagen. Oder auch nicht. Warte mal, vielleicht habe ich eine Idee. Bisschen langsamer. Nein, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich sage dazu gar nichts. Wenn es die scharfe, dann muss ich jetzt halt Ostkönes nochmal machen. So ein bisschen langsam. Oh, bitte. Danke. Ja, ne, endlich. Ja, es nützt einfach gar nichts. Ach, komm, Leute. Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Okay. Also, Konzentration. Okay. Müssen müssen wir ein bisschen besser machen. Tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit nochmal neu starte, aber es ist halt so. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann ist ja nicht schlimm. Also, jetzt ganz ruhig. Ah, okay. Okay. Okay, das klappt schon mal besser. Vorsicht, 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 Vorsicht. Na gut, dann halt nicht. Da mach ich es einfach so, ich mach es einfach langsam. Okay, das hat auch geklappt. So, wie gesagt, immer langsam. Und wenn ich auch besser einen Strike kriege. Und, 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 yeah. Okay, das hier ist noch ein bisschen schwerer. Warte, 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 warte. Jetzt. Ja. Aber ich konnte ihn zu Glück noch dahin schubsen. Sehr schön. Ich werde da gar nichts sagen. Ah, hallo. Nein. Das ist richtig schwer, ey. Muss ich mal sagen. Also, wenn ihr das mal, wenn ihr das spielt in Astro Land, spielt das gar nicht. Das ist richtig scheiße. Muss ich mal sagen. Wenn man nicht genau weiß, wo man... Scheiß Ball eigentlich wirft. Okay. Doch noch mit dem Arsch getroffen. Ach, Leute, kommt. Kommt. Ach, komm. Die musst du auch noch treffen. Was... Warum denn nicht? Boah, ich dachte schon, er schafft es noch. Ach, Leute, kommt. Das kann nicht sein, ey. Nein. Och, Mann. Nein. Ist echt... Das kriege ich gar nicht hin. Ach, Leute, kommt. Ne, vergiss das. Das ist echt scheiße hier. Also, dieser Bowling ist einfach nur der reinste Schrott. Und dann geht das姐姐 들어�гляโ nearrar so. Oder 30 vor. Und dann ta140 check auch raus. Und dann geht das nicht im 니ゆ Vielen Dank.